Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden. Mein Statttrade beträgt hier 2.000 US-Tor. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegstritten im Metatrader 5. Unter Berücksichtigung meiner Indikatoren im Metatrader 5. Und der Tages-News Euro-Yen sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs so etwas fallen. Reicht noch nicht. Ok, ich suche weiter. Out US-Dollar. Hier steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal. Not bis 31.12.2022 kannst du dir noch einen Platz für mein Privat-Einzelcoaching. 10.000 US-Dollar beziehungsweise Euro pro Monat bewerben. Im nächsten Jahr ist das nicht mehr möglich. Darf ich aufhören? Ok, den habe ich gewonnen, den Trade. Ok. Out-Cut. Sieht auch ganz gut aus. Hier steige ich ein. Was war wieder gearbeitet? Ok. Wie soll es auch noch ein? Zu. Aus. 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 Okay, ich steige nochmal ein. Den ersten Trade habe ich verloren. Okay, ich steige nochmal ein. Sieht gut aus aktuell. Okay, ich steige nochmal ein. Okay, ich steige nochmal ein.